Nun kommt es zum Stechen um den Gesamtsieg, und zwar zwischen Kathy Butler-Korish und Renate Neubauer. Das ist sie noch einmal, die Siegerin Kathy Butler-Korish aus den USA der Frauenphysik Klasse 2. Und im direkten Vergleich tritt Renate Neubauer gegen sie an. Beide zeigen jetzt das verschiedene Posing. Es gibt acht verschiedene Positionen. Nun die Doppelbizeps-Position von vorne. Eine ganz knappe Entscheidung. Möchten Sie hier sagen, wer da die Nase vorne hat, das ist die Brust von der Seite. Nun der Trizeps, der auch von der Seite gezeigt wird. Der Rücken und der Lattissimus von hinten. Sehr gut, vielleicht hier ein kleines Plus für die Amerikanerin. Doppelbizeps von hinten. Und nun die Zuschauer, eine Runde Applaus. Und nun noch einmal 30 Sekunden. Und das waren wirklich Simply the Best. Eine ganz, ganz knappe Entscheidung. Und Sie gewann. Die Amerikanerin Kathy Butler-Korish wurde zum zweiten Mal Siegerin hier bei der... Also, der Runde Applaus.